Wurst, Salat, Gurken, Brot, gibt's aber auch auf dem Marktplatz in Dampstadt, ne? Kapitän, grüß dich erstmal. Hallöchen. Schönen guten Morgen. Bleib mal ganz geschehen. Schau mal, das tolle T-Shirt. Ein geiles Jeans-T-Shirt ist das, ne? Geil, wo hast du das gekauft? Das hab ich schon gemacht. Und guck mal hier, die Plauze ist auch da bei dir. Schöne Bier-Plauze, ne? Schönes Profil, ne? Sind wir stolz drauf auf unsere Plauze, ne? Kapitän. Und sind wir heute an Land gegangen, haben heute Seegang. Landgang, die Matrosen. Heute haben wir den Landgang, ja. Stell mal was an. Die Stadt unsicher machen hier. Müssen sich die Frauen vor dir verstecken, Kapitän, oder? Oder tust du da nichts anbrennen lassen? Alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist, tut den Kapitän abrammeln, ne? Wie ein Hase. Oder, Kapitän? Alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist, wird abgerammelt, richtig? Ja. Genau. Genau. Und erzähl mal, Kapitän, was machen wir heute? Was machst du heute? Jetzt auf den Markt, über den Wetter gehe ich auf den Markt und noch Kaffee trinken. Also du gehst jetzt erst an den Marktplatz, weil es Schloss ist, ne? Na, hier. Ach da, auf den Flohmarkt? Ja. Ach so. Und, mal ganz gesagt unter uns. Meinst du, du kannst noch ein bisschen was rausschlagen noch? Einen guten Deal machen für uns? Ich glaube nicht. Mit welcher Erwartungshaltung gehst du da jetzt rein? Ja. Um mich zu erkunden, was Neues gibt. Ja. Also willst du mir damit sagen, du bist jetzt hier nur so Landstreichermäßig unterwegs? Ja. Hast keinen festen Plan? Nein. Okay. Erstmal nur erkundigen. Und vielleicht ein gutes Geschäft machen, richtig? Vielleicht. Genau. Und Geld. Und soll ich dir mal ein Geheimnis verzählen? Kapitän. Was? Das willst du jetzt gar nicht wissen, ne? Ich habe da eine ganz tolle Information für dich. Eine ganz tolle Information. Und zwar können wir zwei, das ist aber nur noch ganz kurz das Angebot, ne? Das ist knapp und kurz. Jetzt können wir zwei die Möglichkeit beim Schopfen nutzen, die Gunst der Stunde ausnutzen und ein richtig dickes Investment machen jetzt. Mit dieser Pfandtüte. Herr Kapitän, schauen Sie mal. Mit dieser tollen Pfandtüte. Schauen Sie mal da rein. Ja. Mit dieser tollen Pfandtüte können wir jetzt 500 Euro halt machen, indem wir Investment anlegen. Daytrading für Penner. Ja. Oder für Leute, die nicht so die Millionen auf dem Konto haben, ist Sportwetten. Wir investieren das Geld direkt in den Wettautomat. Was hältst du davon, Kapitänchen? Viel. Ja? Wollen wir das machen, Kapitänchen? Ja. Was ist dein Lieblingslied, mein Kapitänchen? I'm singing in the rain, I'm singing in the rain. Oder was gibt's für Kapitänslied? An der Nordsee bist du am norddeutschen Strand. Singen wir mit den Kapitänen in unserem, 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 unserem Land, 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 land. So, Kapitänchen, dann wünsche ich dir viel Spaß auf dem Vormarkt. Ich auch. Und bis bald. Bis bald. Hast du Internet zu Hause? Ja. Hast du Internet zu Hause? Nein. Alles klar, wir sehen uns noch besser. Ciao. Mach's gut, Kapitän. Ja. Mach rein, ne? Ciao.